Ich glaube wir müssen anders, ich glaube wir müssen da zaubern. Is this a possibility zu zaubern? Nein? Schade. Dann gehen wir mal hier hoch. Hier waren wir auch noch nicht. Ich dachte wir waren hier überall. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht. Also klar, können wir nicht überall gewesen sein, weil sonst hätten wir das schon längst abgeschossen. So diese Gebiets-Quest, ouch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das hier in der Nähe sein wird. Na, da lernt man ja zum Glück nie aus. Irgendwie müssen wir da ja rüberkommen. Langenstein. Irgendwie müssen wir da rüberkommen, nur ich weiß nicht wie. Ich würde mal die Brücke da nehmen, ne? Äh, Minarbeiter. Ja. Was wollt ihr? Ihr seid den weiten Weg hierher gekommen, um altes Minengerät auszuschlagen. Ich wollte vor allem in diese eine Höhle. Hab dort Sachen aufbewahrt, aber dann wurde das verfluchte Ding von Spinnen überrannt. Ich hatte meinen Ehring dort versteckt. Konnte seinen Anblick nicht mehr ertragen. Aber wegwerfen konnte ich ihn auch nicht. Es war ein dummer Streit. Ein Teil von mir wusste, dass ich den Ring immer noch wollte. Ich lasse euch jetzt in Ruhe. Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, den Ring, den holen wir ihr auch noch. Bald. Wo wird die, die Scherbe ist natürlich da ganz oben. Was denn auch sonst? Äh, gehen wir aber erstmal hier hin, war das? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Doch, das war hier. Das war hier. Ja. Ne, da oben war das. Oh, ne, das war hier. Das war hier. Okay. Kurz den Weg verloren. Aber wir wissen jetzt zum Glück wieder, wo das war. Aha. So, da oben. So, das hat wenig Leben. Wir wissen. Deswegen, äh, gehen wir mal hier hin. Und laufen dann wieder dorthin. Was nicht sogar die Scherbe, die wir aufsammeln wollten? Ja, es war die Scherbe, die wir aufsammeln wollten. Boah, bin ich blöd. Was? Schön. Dann bis zum nächsten Mal. Ich will nichts grad. Ich will nur die Scherbe sammeln, meine Liebe. Nur die Scherbe möchte ich sammeln. Äh, Hai, Hühne. Ihr seid hier nicht unbedingt erwünscht. So. Auf nimmerwiedersehen. Jep. Auf nimmerwiedersehen. Ah, da kam er hin. Oh, okay. Das ist, äh, schon tricky. Jetzt verstehe ich es. Äh, jetzt ergibt's doch Sinn. Ich glaube, ich spüre eines der Artefakte meines Volkes. Die Schutzzauber zeigen Wirkung. Oh. Wie ziehen eure Leute eigentlich Hemden an, eiserner Bulle? Gar nicht. Wo wir herkommen, ist es ziemlich heiß. Aber ich kann in alles schlüpfen, was einen losen Kragen hat. Er ist behutsam mit den einem Horn und der Rest geht dann wie von selbst. Wir sagen zu jemandem, der bei irgendwas überrascht wird, der mit Stoff am Horn tanzt. Sehr anschaulich. Ja. Ah, hier ist es Nächste und das, äh, das Letzte, was wir nicht bekamen. Ja, und jetzt ist das eigentlich nur noch Formsache. Wir müssen hier hin, wollen hier hin reisen. Dann haben wir alle Scherben in der Oase. Ist das, ist, äh, das schön. Wenn wir jetzt nochmal hier vorankommen, wäre dann noch schöner. Gut, aber wir haben ja noch nicht alle Scherben in, äh, wollten wir nicht alle Scherben. Pff, äh, Fallbruch gab's keine Scherben. Steinküste, weiß ich gar nicht, ob wir da alle Scherben haben. Schön, dann bis zum nächsten Mal. Ähm, und hier ist die Scherbe. Sehr schön. Haben wir alle Scherben in der Oase. Ich weiß echt nicht mehr, wo wir die restlichen Scherben haben. Sammelquests, äh, Scherben. Scherben in der Oase haben wir. Scherben, äh, Küste haben wir auch. Ah, die Graten. Die Graten, genau. Die Graten, da wollten wir ja sowieso noch hin. Und warum warum da jetzt diese netten Herren wieder gespawnt sind? Gefangenes Feuer. Ja, und dann haben wir dann auch die Region der Oase abgeschlossen. Ich weiß, wir sind überall schon mal gewesen. Es gibt keine bösen Überraschungen für uns. Wir kennen jetzt jeden Winkel. Wobei die Spinnen halt noch ein bisschen zu stark sind. Mit denen wir jetzt nicht schön Kirschen essen. Immer wieder mehr kommen. Das ist doch schlimm hier. Mein Gott, ey. Wie viele Spinnen haben wir hier noch? Sie hat ja schon gesagt, dass sie viele Spinnen sein werden. Aber das sind echt viele. Zu viele. Zu viel zum Thema Spinnen. Und warum immer Spinnen? Machen wir mal Feuer an. Können wir hier sehr viel Spinnen-Sekret mitnehmen. Wir müssen das ja auch noch für die Zutaten mitnehmen. Aber deswegen so viel Spinnen-Sekret. Oh! Spinnen-Eier! Spinnen-Eier! Sehr schön! Inventar ist voll! Wir können die einzelnen Sachen so mitnehmen. Also, ich bitte dich! Zack! Tiefenpilze können wir vielleicht auch noch mal gebrauchen. Hier ist wieder eine Spenne. Die, die es natürlich auf mich abgesehen hat. Was kommt von dort? Und warum? Ich weiß nicht, ob wir hier tiefer rein wollen, aber wir müssen. Ah, bringen wir dringend zur Minenarbeiterin. Ah ja, hier haben wir auch noch Spinnen. Eier. Wofür auch immer man das am Ende brauchen wird. So! Der Herr, der merkt nicht mehr, dass er angegriffen wird. Macht es ja noch besser. Die kämpfen einfach untereinander. Die Hyänen kämpfen mit den Finatori. Auch nett. So, 8 Gold. Schützen wir mal an den Eisernen Bullen. So! Wo ist denn jetzt die nette Dame? Die nette Dame ist dort hinten. Entschuldigen Sie, aber haben Sie Ihren Ring verloren? Ich glaube, der hier gehört euch. Nichts hier war wertvoller als dieser Ring. Er ist alles, was mir geblieben ist. Ich habe nicht viel, aber dafür öffne ich eines meiner alten Verstecke für euch. Was noch da ist, gehört euch. Als Dank. Richtig. Danke. Ah. Okay. Die Tür. Also. Wir können mit ihm hier von längst und uns ein Level abholen. uns heilen und mit Jamie Level abholen. Das wollte ich sagen. So. Das gehört uns als Dank. Oh. Ja, Thomas brauchen wir eh nicht. Nett. 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 Hat sie ihre Spendierhosen angehabt. Gut. Ähm. Es gibt nichts. Ja, das will ich noch nicht sagen. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Setz mich ins Bild. Das hier könnte sich als nütz. Eisen und Nackhaut. Okay. Was noch? Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürften. Erzähl. Setzt mich ins Bild. Sieh selbst, Sir. Haben wir auch. Äh, komm mal her. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Erzähl. Setz mich. Haben wir auch. Äh, komm mal her. Es gibt Neuigkeiten, die für euch von Belang sein dürfen. Erzähl. Nein, wirklich. Haben wir auch. Ja, schon gut, dass man so viel gesammelt hat. Es wird jetzt einfach nur noch irgendwas sein im Sinne von, ja, hier, sammel viel davon gehen. Und, äh, also wir sollten jetzt... Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Jetzt wird mit den Spinnen... Das gerade... Okay. Wir brauchen jetzt halt Spinnensekret. Äh. Der ist riesig. Ähm. Wir holen uns die Sehenswürdigkeit. Ja, komm, wir holen uns die Sehenswürdigkeit. Und dann muss wahrscheinlich nur eine Sehenswürdigkeit bei... Dem Riss sein und dann hätten wir auch die Sehenswürdigkeiten alle. Ja. Ja, mach mal. Danke dir, Soules. Du warst mit. Du bist 우리 Fans Smith.